Oh, solche dummen Pisser, Alter. Wieso spielen die das überhaupt? Oh, ich bin down, jetzt muss ich gleich rausgehen. Die sind doch gestorben, Sir. Alter, wenn man da bei jedem Schuss down geht, der ist fünfmal down gegangen, dann bin ich kein einziges mal gestorben down gegangen. Die Ratten kriegen heute Nacht schönes, frisches Fleisch. Lass uns mal zu zweit da hin, da schön schauen, was passiert. Das passiert doch eigentlich durch die Gegner. Ach so! Oh! Ja, okay. Ich hab keine Mini mit. Ich hab keine Mini. Äh, ne. Obwohl doch. Da sind noch Medi-Packs und so. Ja, Medi-Packs wegen denen. Das wär cool, wenn das deskaliert. Das hab ich ja voll vergessen. Ja, ich kann direkt hin einfach mal. Ja, genau. Alter, jetzt bin ich mal angekommen. Sind da weniger Gegner oder so? Siehst du da irgendwas? Na ja. Werdet jetzt recht frei! Gut. Ne, nicht wirklich. Aha. Ja, ich weiß auch nicht Leute. Das hätten sie irgendwie ein bisschen anders lösen müssen. Das ist doch blöd, dass du's jetzt wieder von vorne starten musst. Und davor ist ja schon voll der Kampf. Ja, Mann. Das ist die Division, okay? Scheiße, was ist meine gute Scheiße jetzt spielen? Das können jetzt machen? Nichts. Nuh, du müsstest das Dobby von vorne starten. Ja, musst du auch. Das finde ich irgendwie ziemlich ziemlich gemäßt. Jetzt renne ich mal hin. Ich will auch hinreiten. Ich hab bald die Gruppe eröffnet. Mal gucken, was passiert. Immer bei dem Buff. Ja, ja, klar. Der neue Agent hat sich ihrem Team angeschlossen. Hans MG, wir müssen diese Ticker umliegen. Greife auf Abwehrkontrollsystem zu. Zugriff erfolgt. Schließen Sie das Sekundäre Energierabial. Warum? Ja, irgendwie. Na gut, ich versuch was wert. Geht doch so, der Anfang. Geht doch jetzt hier. Auch beschossen. Man schießt halt die ganze Zeit des Geschützes ab. Geht nicht. Ja, schau auf wo ich mich bin. Schaut mich drauf an. Mein Controller ist mir eingegangen. Der kommt noch wie recht genämpft in Spiele, oder? Ja, ich glaub schon. Ach, das nervt mich jetzt schon wieder. Das ist voll cool. Ich will das jetzt spielen. Wir wollen das nicht spielen. Das sieht einfach verdammt aus. Ja, genau. Die müssen noch von Anfang an dabei sein. Die können jetzt auch nicht jetzt dabei treten. Das ist schon klar, nicht irgendwie die Fritz vom Ende oder so. Aber wenn man doch jetzt eh hier an diesem Checkpoint ist, könnten sie doch eigentlich beitreten. Aber die werden halt ganz am Anfang gespawnt und kommen nicht mehr rein. Das ist total wohl, Mann. Ein bisschen. Ist es das Geheimnis, wenn du das einfach direkt reinsetzt, ohne dass die überhaupt angreifen können? So voll Blitzkreis. Aber wie willst du denn fangen auch? Ich weiß nicht. Du bist ja voll langsam mit dieser Tasche. Ja. Ja, ich will wieder hinrennen. Jetzt ist Schluss mit lustig. Nehm die Schwerwachen. Es ist vorbei. Habst du denn Platz für den Buff? Nö. Ich hab's zwar angemacht, aber ich bin dabei draufgegangen. Hier. Ohne Buff. Geil. Ich seh den Eismann da hinten. Was skaliert sich da? Vielleicht muss man zu zweit starten. Eventuell, ja. Jetzt ist da gar nichts skaliert in meinen Augen. Nö. Was ist das eigentlich da? Jawohl. Ja, vielleicht wenn das nächste Mal der Dennis dabei ist. Vielleicht geht da schon eher was. Das ist die Division. Okay. Schneiden wir diese Huren Söhne in tausend kleine Stöcke. Ich bin dabei. Ach, da muss ich auch noch mal schauen. So, können wir uns einfach zurückboarden lassen? Ich glaub schon. Dann können wir hier eh nichts mehr machen. Ne, geht nicht. Aber wer hat das erste schon mal geschafft? Ja, man unterbringt. Ist auch irgendwie cool. Ich bin mal gespannt wie das ist. Mhm. Ich glaub danach kommen aber noch mal so ein, zwei Sachen die du machen musst. Ja, locker. Das ist der Anfang. Ja, locker. Ja. Leider. Übergriff. Das find ich echt das ist ja dumm von den Typen. Ich brauche direkt auf den Typen. Ja. Ich brauche direkt auf den Typen. Ich brauche direkt auf den Typen. Ich brauche sie nicht nach. Das kann ja nicht immer perfekt laufen. Das ist auch okay. So. Ja. Aber ich habe eine neue Weste. Ich habe übelst viele Waffen bekommen und ich glaube die Waffen kriege ich auch bald zusammen. So. Äh. Ist noch der Militar. So. Äh. Noch der Militar. Äh. Einer Geld verlässt ihr Team. Hm? Ich hoffe nicht erinnern die dich noch, dass man irgendwie beitreten kann, wenn man ein Checkpoint ist oder so. Geil, der ist ja gut. Ja genau. Was denn? Ich habe gerade eine pinke Jacke angezogen. Das ist doch schön. Ja man, übelst schön. Wo ist sie denn jetzt hier? Aber das war doch eine andere wie sonst. Ja okay. Die Frage ist, soll ich mir die Pistel kaufen oben? Wie lange ist das noch? Bis Freitag glaube ich. Die Pistel? Die überlege ich mir auch. Ich meine ich nicht 204. Soviel ist es immer noch fertig, wo du mehrere Aufsatzungen machen kannst. Das ist das gute. Hey, man glaubst nur, dass sie sehen wird ihnen gefallen. Ja man, die kann sich mal, wenn nicht mal leisten. Für noch 300. Oh, warte, das ist ja gar nicht doch. Nein, ich kann es mir trotzdem nicht leisten. Da fühlen wir immer noch 100. 100 phoenix credits, ich bin mir drauf. Ich habe heute 60 gesammelt. Die P45 Sonderanstaltung, die hatte ich auch mal, lieber. 45. So, jetzt gucke ich mal kurz bei dem Hanisch rein. Die kritische Treffer-Chance wird um 27% erhöht. Das ist eigentlich ziemlich nice. Mhm. Dann machst du noch irgendwie nochmal kritischen Treffer-Chance? 7% irgendwo rein? Da bist du schon auf über 30 auf der Waffe allein schon. Dann noch kritischen Treffer-Schaden irgendwo. Erfreuen Sie sich an Manhattans besten Angebot. Ja, mal gucken, wie lange hat er das noch? 79 Stunden? Das ist bis Freitagabend, glaube ich. Ja, vorher ist ein bisschen schon noch. Einsamer Held-Holster. Da warte ich da doch. 214 alles, Alter. 215 weniger Stefanie – ab. 255 266 What's up, 259 Was hab ich denn mit Predator's Rucksack? Was hat da ja auch das Sturmgewehr-Ding? Naja... Hä? Der blutet dann 100% des Schadens, die diese Kugeln angerichtet haben. Du musst 10 Schüsse treffen, ohne dass du ein anderes Ziel triffst. Wenn du 60.000 pro Schuss Crit machst und zum Beispiel 40.000 normalen Schaden halt in den Körper... Was sie sehen bei dir im Gefallen? Der Org oder der Vektor oder so... Da ist ja jeder zweite Schuss Crit, also bei mir zumindest, weil ich da drauf geh auch. Dann wird es ja insgesamt irgendwie... Wenn du einmal 60.000, einmal 40.000 hast, 100.000 bei 10 Schüssen... Immer abwechselnd... Dann werden es 500.000 Damage... Wo die Kugeln austeilen... Macht dann das Bluten nochmal so viel oder was? Ich glaube schon... Das heißt, wenn du einfach halt abschießt, die ganze Zeit den gleichen, kommt ab und zu halt mal... Du hübschst wahrscheinlich echt so eine halbe Million Schaden... Bluten... Ja... Das ist vielleicht echt nicht übel... Aber das Problem ist halt, es darf keiner zwischen reinlaufen... Das ist blöd... Ja, aber normalerweise, wenn du einen anvisiert hast... Dann bist du schon dabei, den zu killen... Ich glaube... Vielleicht probiere ich das aus... Stell dir vor, du schießt einen ab... Goodbye, my friend... Gut, dass sie russisches Territorium befreit haben... Oh, ich glaube... Ja, klar... Außer... Und wer hat dann da schon... Die Hälfte vom Leben weg und dann macht es auf einmal plops und der ist dann fast tot... Mhm... Da macht jetzt auf einmal Blutungsschaden oder Blutungsresistenz wieder Sinn... Allein... Allein wegen dem... Wie das abgeht... Also das wäre auf jeden Fall... Und das... Davon habe ich halt kein einziges bekommen heute... Lauter andere... Ich nicht anzufangen... Die Nachlagen ist vielleicht noch interessant... Aber das ist doch... Wie man weiß... Ja, man... Du kannst dir auch mehrere sagen... Du könntest dich auf dieses Set anlegen mit einem Sturmgewehr... Dann kannst du ja auch das einstellen... Ach, da stell dir mal vor, du schießt... Mit der Snipe... Quasi dann rein, weiß, was ich mein... Aber was hast du gesagt... Könnten sie mit 10 Schüssen ohne... Ja, im Endeffekt steht ja nicht dran, welche Waffe du brauchst... Mhm... Das hast du schon recht... Was ist wenn da so... Mhm... 3 oder 34er Fettsack oder sowas... Die halten schon viel aus... Mhm... Also 5 Schüsse in den Bauern... Ich glaube 4 Schüsse darfst du ja auch haben... Da halten sie einen kleinen Kopf... Dann sehen wir uns wieder... Alter, wenn du den 10 mal abschließt... Mit jeweils 3-400 Tausend Schaden oder so... Mhm... Ist ja voll übertrieben... Mhm... Da muss man morgen mal... Wetten kannst du es schon gucken... Wir haben es bestimmt schon welche auf YouTube... Weil sie schon heute so viel Zock haben... Dass sie es zusammen haben irgendwie... Wie bist... Da wette ich auch... Ich könnte mir da halt eins kaufen... Ja Mann... Davon könnte ich mir auch eins kaufen... Davon könnte ich mir auch eins kaufen... Ich weiß nur nicht, ob ich tun soll... Nee, für was denn da habe ich noch zu wenig Dinger abgekommen... Ja Mann... Aber das Gute ist, da gibt es ein Predator-Ding... Ein zu kaufen... Mhm... Der Holster für 207... Mit 191...